Aktivieren Sie den Befehl auf dem Hauptfeld zu drehen, die Objekte zu bearbeiten, wählen Sie sie zu trennen und Auswahl von Objekten zu beenden, drücken Sie die Enter-Taste. Wählen Sie einen Basispunkt oder Punkt, stellen Sie den Drehwinkel, um den Cursor zu bewegen, geben Sie einen numerischen Wert von der Tastatur auf der Kommandozeile.